Hi Leute und willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wunder. Wir sind im Wölkchengebilde angekommen und schmeißen glaube ich mal hier drin. Äh, Witchpartie im Platzdatei. Aha, Platzdatei. Mal gucken, was das schon wieder für Gegner sind. Auf vereisten Oberflächen kannst du richtig gut abbremsen. Was war das? Eine blöde Münze? Ich bin fast aufgehend. Also, fällig. Wow. Blöde, sag mal. Ja, wer ist denn groß? Da, wer schreibt die uns entgegen? Ach du! So, und da muss ich jetzt rauf. Wie? Nein! Ach komm! Hängt so drunter. So. Braucht ihr eigentlich diese Schneeburgen? So, direkt kann ich die langen. Habe ich Kleinwind? Ich brauche also 3. Schade, dass wir jetzt irgendwie jemand... Ach, Moment, da ist was. Ja, verstehe. Verstehe. Ah, komm. Der prallt viel zu schnell ab. Uff. Was soll denn denn mit den ganzen Eisblöcke hier? Die können ja zimmerfen, hm? Moment mal, fällig. Ich versuche es nicht einfach nur hier. aber auch ob ich das nicht sterbe gerade über einen kommt dann so was ich sterbe ich wieder in einer blöden eiswelt lieber im eis als egal egal Das ist umgekehrt. Ja schön. Sack. Was? Wow. Das ist die Ecke, dass ich erst. Oh nein. Oh, da kommt doch jetzt nicht mehr rum. Oh shit. Ja, sicher auch. Komm ich da hin? Okay. Noch mal, noch mal. Kannst du noch mal? Ach komm. Egal, ich will das jetzt hin. Ach. Wer gab mir die Größe? Noch mal, noch mal. Ah. Ja. Aber ich weiß nicht, ob da unten was Gutes wäre. Deswegen bin ich ja lieber nicht dran dran. Deswegen bin ich ja lieber nicht dran dran. Ah, nee. Okay. Okay. Und das Ganze nochmal. Aha. Perfekt. Oh Gott. Hier, ich schmelze aber nicht. Wie ist das? Wie ist das? Der hat mich von oben zur Quetschlecht drauf gesprungen wäre. Schade. Vielleicht komm auf diese Seite ran, oder? Ja. So. Was haben wir hier? Münzer. Okay. Oh, komm. Ich schalte den Knobbunter. Ich schalte den Knobbunter. Ja. Oh. Okay. Naja, gut. Bin jetzt nicht gestorben. Wohl nicht so oft, zumindest. Haben wir echt einen übersehen? Wow. Wo hab ich die denn übersehen? Ähm. Okay. Ich hab keine Ahnung. So, was mit dir? So, das ist frustrierend. Äh. Das hat dieser Unruhsstift angerichtet. Und dabei wollte ich doch noch etwas höher klettern. Ich wollte so gern bis nach ganz oben. Und jetzt? Kann da nicht mal jemand was unternehmen? Naja. Wir helfen dir schon. So. Was ist das? Äh. Suchtrupp. Rätsel der Verstecke. Oh Gott. Nein. Sachen suchen. Ähm. Suchtrupp. Finde alle versteckten, äh. Blumen. Symbole. Wie auch immer. Äh. Wundermachen. Wenn du sie alle, wenn du sie allein nicht findest. Suche zusammen mit Franken. Toll. Ich hab keine Freunde. Schauen. Hä? Hallo. Ja. Okay. Wo ist das? Okay. Die war auffällig, weil sie auch früher ist. Wie, das ist nichts. Ich weiß nicht, ob ich hier rein darf. Ach, wir sollen suchen, komm, suchen wir. Deswegen ist sie auch auffällig hoch gewesen, weil wir damit wieder hoch kommen. Aber nicht runter. Ich kann zwei Jura, aber ich weiß nichts. So, was soll ich noch suchen? Ist das Mittelpunkt noch irgendwas? Am Vordergrund ist was. Aber ich weiß nicht, ob ich da reinkomme. 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 Da müsste dann noch so ein Fragezeichen da in der Wand oben. Nur eigentlich herdrücken. Abstoßen und dann... Das ist aber nichts. Ich denke noch vorne haben wir gesehen. Wir finden noch was. Zeig dir doch irgendwie hier. Dann fahrzeichen würde ich die Kanäle jetzt machen, oder? Jetzt sind wir die Fangies gerne. Oh no. So, wo finde ich den letzten? Woa. Woa. Wo kann hier noch was sein? Da sehe ich aber auch nichts. Ah, die Fragezeichenblöcke, ne? Ich glaube nicht, dass die irgendwas sagen. Wir haben mehr davon, ich brauche noch eins. Ich habe gedacht, das müsste jetzt hier vorne sein. Ja, hallo. Ja, hallo. Ah, das muss ja wieder passieren. Ich weiß die ganze Zeit nicht zusammen. Ah, ich verstehe es auch nicht. Ja, auch nichts. Keine Ahnung. Ach, Mann. So. So, ich mich hier wieder dumm, nehme ich. Hintergrund. Abfragezeichen. Irgendwas im Hintergrund, was man vielleicht sehen kann, dass es einen Hinweis gibt. So richtig, oder? Wenn sie es doch nicht sehen. So richtig, oder? die ganze zeit die Ich weiß nicht, was ich hier finden soll. Hier ist doch noch eine hohe Röhre, das heißt, ich muss hier unten noch was haben. Das ist ein Ausgang, das würde ich sagen. Das ist auch ein Ausgang. Aber wo ist deine? Ich muss den Pfeil nach unten zeigen, aber die Hälften wahrscheinlich auch mit. Was können wir dieses Bild sagen? Kriegt das wahrscheinlich einfach nur, aber... Das ist ein Kiefer oder so? Was für dunkel ist hier hinten? Boah, wo könnte der Eingang jetzt so viel sein? Oh, ist das dumm. Die Zunge ist sinnlos. Bei irgendwelchen Eingängen empfinde sie nicht. Soja. Ich nehme die Zunge oder diese Eingang. Hey, der ist nicht so großartig, aber das ist nicht so großartig. Die man zasует, die Geld in den Kdomen, die das nicht so großartig spielt. Aber das ist nicht so großartig. Das ist ja so großartig... Ich bin immer nur mit einer Arten ausgelegten Knochen. Also, hier ist bei so einem Ding zum Teil. Vielleicht krieg ich das hier auch noch? Nein. Hier? Nein. Okay, auch nicht. Jo. Okay. Vielleicht hab ich das ja auch noch so einen unsichtbaren Block irgendwo hier auf der linken Seite. Okay. Hm? Oh, fuck. Jetzt wär das ein Wandpunkt von Kier? Aha. Komm. Was dann hier irgendwie was wär, aber auch nicht. Das ist irgendwie auffällig, weil ich hab hier fünf von diesen und nur vier von den Kronen. Ich glaub, das seh ich aber auch nicht. Ah, Mann, oh. Wir hätten ja auch hier jetzt andere Symbolien kennen, oder? Warum sind das fünf? Okay, ich check's mir. Was soll hier der letzte sein? Ah, ich denke halt, das ist hier ein Ausgang. Genau wie rechts. Ich kann hier gar nicht rein. Und ich weiß auch nicht, wo der Weg nach unten sein soll. Ich find's das wirklich eine gibt. Ja, hallo. Ah. Ja, hallo. Geht davon aus, dass hier irgendwo was ist, aber... Ja, find ich's nicht. Wenn hier wenigstens der Eingang wäre, oder sowas, aber ich krieg hier nichts kaputt. Das ist ja irgendwie so ein unsichtbarer Blockbär, oder sowas. Bei einer dieser Eingänge, aber hier war ich ja schon. Ich weiß nicht, wie ich das aussieht, aber... Ne? 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 Ich glaub da auch nichts machen, aber ich probier was ich kann. Ne? Ne? Ich probier's. Ach, schau. Ach, Mario. Was ist das für eine Scheiße? Ja, hallo. Ja, hallo. Ich kann das aber nicht. Im Hintergrund, wenn der sich bewegt, sehe ich auch nichts. Irgendwas auftaucht, oder? Diese Schlitze. Auch nichts hinter. Ich weiß auch nicht, wie ich da hinkommen sollte. Ich muss mir überall jetzt gehüpfen und überall... Verstehe ich nicht. Das muss mir zu fehlen. Ich finde hier einfach gar nichts. Oh ja, keine Ahnung. Ach, schade. Ja, da muss ich das einfach lassen. Ich kann leider nicht helfen. Ah, hatte ich gern gemacht, aber ich bin zu luft dafür. Geht zu der Verstecker her. Keine Ahnung. Suchtrupp. Oh Mann. Na gut, äh, ja. Leider haben wir jetzt wirklich gar nicht viel geschaffen. Hier eins geschafft und hier gesucht, aber... Ja, keine Ahnung, wie das sein soll. Ich weiß es nicht. Gut, dann werden wir nächstes Mal einfach hier weitermachen. Oh, das wird ziemlich schwer. Okay, ich brauche vier. Zwei kann ich hier kriegen und dann können wir den da auch beseitigen. Ja, vielleicht können wir auch fünf, wenn wir das da schaffen. Oder da werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben darauf verwetten, dass ich das nicht schaffe. Gut, dann machen wir Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.